hier ist alutec tofane 2 das ich verkaufe ich habe da neue grips dann gemacht nicht sehr schön gemacht aber ich habe die original griffe hier noch hier gibt es eine log für die shock da unten bekommen anfang 2019 damit in madera eine woche gewesen paar mal bikepark aber das war es ansonsten ist nichts kaputt alles im super zustand also 10 15 mal vielleicht draußen gewesen plus madera die woche und das war es eigentlich ich gehe noch mal rum alles in ordnung seadropper funktioniert kleine klinge habe ich da angebracht zeige es nochmal von der anderen seite ja wird mich freuen wenn ich los werde weil ich habe mit ein bisschen glück das kapra ltt bekommen in alu ist sehr ähnlich von den eigenschaften aber jetzt brauche ich nicht zwei